Umgestürzte Sofas bzw. Sessel. Ich gehe immer an der Wand entlang. Ich hätte jetzt echt Bammel, einfach so in die Mitte des Raumes zu latschen. Erstmal von außen. Ich fange jetzt an, die Mäuse zu hören, die er sich ja... Da sind Mäuse, ich habe sie gesehen. Die ist in den Kamin gerannt, das machen Mäuse immer. Was ist das hier? Gesangsbücher. Alter, der Schrei hat in meinem Hals wehgetan. Schön, wenn du Spaß hast, Lettis Play. Dieser Sessel war einfach nur seiner Zeit voraus. Das war ein sehr progressiver Sessel. Denn jetzt ist einfach alles hier umgestürzt.